Die Umgebung hier ist super, schöner See, kann man auch Tretboot fahren. Ja, ich kann es mir gut vorstellen, mal mit Kumpels hierherzukommen, ein bisschen runterzukommen auf jeden Fall nach dem Spiel oder so. Ja, ein super Ort zum Entspannen. Also ich habe mich auch super eingelebt, auch in der Stadt war ich ein paar Mal am Luisenplatz oder am Schlossplatz und ja, also es ist mir jetzt super gefallen, alles gut. Wir haben schon ein paar Granaten in der Mannschaft und auch mit Kevin und Altin toppen alle. Die sind alle super erfahren, aber haben auch schon viel erlebt im Fußball und ja, macht einen Riesenspaß mit denen zusammen zu spielen. Und ja, man nimmt die Tipps natürlich dankend an, versucht es dann in der nächsten Situation besser zu machen. Mit mir kann man auch Doppelpass spielen oder ich kann auch ab und zu einen guten Ball in die Tiefe spielen, aber ja, also frech trifft es, denke ich, sehr gut. Ich habe mir als eigenes Ziel gesetzt, ein paar Minuten zu sammeln, vielleicht die ersten Spiele von der Bank zu kommen, aber jetzt bin ich umso glücklicher, dass ich gleich von Anfang an ran durfte und das Spiel jetzt schon gemacht habe, von Anfang an.